UNTERTITELUNG Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich grüße Sie herzlich. Mein Name ist Emil Jarrett Hasselhoff. Und ich freue mich über die Gelegenheit, Ihnen kurz vor dem Jahrwechsel eine Gedenkensage, die mich an der Schwelle zum neuen Jahr bewegen. GRIP, das Modemagazin, wird im Jahr 2018 insgesamt 50 Mal gezeigt. Alter Schwede! Glaube ich! Leg mich, was ist denn das hier? Das gibt's doch gar nicht! Das ist der Ritt auf der Kanonkuhregel. Ist das ein Hammerteil! Die einen sagen, GRIP ist eine wunderbare Autosandung, in der die Grundwörter der sparsamen Autofahrens vertreten werden. GRIP! Alles klar! Alter, geht das schnell! GRIP! 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 Ohohohohohohohoho! Andere sagen? Ihr bringt nur nach unwichtigem, abgedrehtem Schrott. Überlass das den Schwachmaten von Top Gear. Ich versuch's noch mal, aber ich denke, wir gehen uns los. Wir wollen Wulfe im Schafspelz. Habt ihr einen Auftrag der Regierung, das Publikum aggressiv zu machen? Bitte, liebes Grip, salzt der Armen mehr, dass sie endlich einen Deutschkurs machen kann. Beides ist Hansborn, denn sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, haben Grip den Auftrag gegeben, Autos zu checken und die Bedürfnisse aller Bürgerinnen und Bürger im Augen zu haben. Drehzahl anheben und los! Dieses Auto brauchst du eiern. Ich such auf jeden Fall was Auffälliges. Mercedes geht auch. Ach so, okay. Sie ist 18. Mein Gott, das ist verrückt, das ist laut! Hallo, hallo! Weiter geht's, 50. Jetzt kommt doch mein Freund. Oh Scheiße, nein! Was ist das denn? Aber das sind doch eh falsche Nägel, oder nicht? Also wie komme ich in die Luft jetzt? Mit dieser? Hier, mehr. 100! 23,39 Sekunden. Denn die Welt steht auf Grip. Wir müssen jetzt die Voraussetzungen für 2019 schaffen. Das bedeutet zu einem, das Tesla Model 3 testen. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90, 90. Das ist gut. Weiß eigentlich einer, den man tankt? Driften, bis die Leute quält. Und die teuersten Autos der Welt nicht kaputt machen. Ich bin reich. Guck mal, Cayenne. Das ist doch der, was ist denn, der Pöbel fährt Cayenne. Doch, ja. Alter, was ist denn hier los? Also zwei Meter sieb... Alter! Zwei Meter siebzehn ist er breit und zwei Meter siebzehn ist sehr, sehr breit. Ich denke deshalb an dieser Stelle ganz besonders die Polizei, die Matthias regelmäßig die Straße spüren. Wir haben nicht die Straße für uns gesperrt, oder? Wir dürfen durchfahren. Dave Miller, der den besten Gebrauchtwagen verkauft. Was sagst du dazu? Black Beauty? Du weißt, worauf ich stehe, ne? Was war das denn? Verdammt nochmal! Und Helge Thompson? Dafür, dass er Helge Thompson ist. Hör auf zu piepen! Oh! Das war nix! Mir, Ihnen und Ihre Familie wünsche ich Gesundheit, Kraft, Super-Sicht und jede Mega-Sicht. Ihr Grip für das neue Jahr 2019! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! May we all have a vision now and here! Wir fahren jetzt zu einem Abschnitt, der ist extra für uns gesperrt. Und wenn du dort keine 300 schaffst, bist du ein großes Mädchen. So, ich geh jetzt rüber auf Sportmodus. Zack! Der ist sofort. Der geht auch sofort zwei Gänge herunter. Dann reißen wir mal ein bisschen Gas. Unfassbar! Jetzt haben wir wieder passiert! Und wir haben schon wieder 250! 250! Juhu! 196! Also bin ich kein Mädchen! Gute Arbeit! Gut gemacht! Bis zum nächsten Mal, Alzheimer! Wir haben heute eine gute Idee! Bspw! Nur haben wir leider!